Papa Donny! Ah! Papa Donny, so nicht! Such mich, René! Moment mal, Moment mal! Ich hab doch die Haare abgeschnitten. Okay, du merkst, Claudio nimmt das Ganze hier zu ernst. Hä, was soll das denn? Warum bist du denn so gut? Mann, ich bin dich nicht! Er hat mir vorbeigelaufen! Was? Und die Zeit ist doch... Hey Leute! Was geht? Claudio hier mit! René und Donny! Was geht? Hey Freunde! Und wir sind heute in Brookhaven! Und wir haben uns heute gedacht, wir spielen mal ein kleines Heiden Sieg. Kleines Heiden Sieg? Vielleicht auch ein großes Heiden Sieg, je nachdem wie schnell wir die Runden machen. Also wir werden glaube ich jetzt hier erstmal anfangen mit diesem Häuserblock hier, ne? Das sieht gut aus. Das heißt, eine Person wartet gleich, die anderen beiden verstecken sich und je nachdem wie schnell wir da durchkommen, machen wir das vielleicht alles nochmal ein bisschen größer, weil Brookhaven hat auf jeden Fall natürlich genug Platz, um sich hier zu verstecken. Wer möchte anfangen mit Suchen? Ich fang an mit Suchen. Okay, dann gehen wir das auf. Ich guck auf den Boden auch Freunde, ihr seht es auch hier, ich guck auf den Boden. Okay, okay. Und ihr könnt einfach rufen, wenn ihr soweit seid. Okay, wir haben sogar so viel Zeit wie wir wollen, um uns zu verschicken. Okay, sehr gut. Also man muss sagen, es ist glaube ich ganz gut, dass wir hier mit anfangen, aber... Soll ich mich vielleicht stumm sogar im Discord, sodass wir mich gar nicht hören? Äh, mir ist das egal. Wir werden schon nichts verraten, was unseren Standort verrät. Aber man muss auf jeden Fall sagen, ich glaube, dass... Also man kann sich hier bestimmt gut verstecken, aber ist schon nicht so einfach. Okay, wir haben ja gesagt, der ganze Häuserblock, ne? Der ganzen Häuserblock, auf dem Dach, im Haus. Ach, auf dem Dach auch, okay. Auf dem Dach auch, gerne meine Freunde. Ja, okay. Und natürlich alle Läden, die es so gibt. Okay, oh man, das ist so schwer, ein gutes Versteck zu finden. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Oh man, ich habe leider eine Idee. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, ja, viel Spaß. Das Problem ist, Donny, du musst wissen, bei René, der ist bei solchen Spielen immer ein richtiger kleiner Schwitzer. Der nimmt das auch immer zu ernst. Ja, ich merke es ja, ich denke mir auch so, okay, warum soll ich mich verstecken? Ich habe gar keine Idee. Wir können das aber auch einfach abkürzen, dass du schon Feuer aufgibst. Oder sagst du, okay, du suchst nur Donny, wie du möchtest. Also ich bin versteckt. So Donny, du hast jetzt noch eine Minute Zeit. Okay, eine Minute. Oh man, das ist so viel Druck. Überleg dir was. Ja, ich schaue gerade. Ich denke mir, okay, wo kannst du nicht nachschauen? Oh, ist das gut. Okay. Hast du? Ja, okay, gut. Ich probiere es mal aus. So, da komme ich jetzt und ich würde sagen, ich habe so fünf Minuten. Ja, okay. So, ich gucke auf die Uhr. Wo guckst du denn jetzt gerade als erstes nach? Ich gucke gerade im Arcade-Laden. Ganz rechts, ne? Ja, von mir aus gesehen ganz links, aber vielleicht von dir aus gesehen ganz rechts. Okay, warte, du hast dich gerade verraten. Moment, Moment, Moment. Ganz rechts, das heißt, du bist irgendwo ganz links. Ja, was habe ich denn damit verraten? Ich dachte erst, du meinst den Laden, wo es die Lebensmittel gibt. Aber stimmt, da gibt es so einen Spielladen, ne? Also mit so Spielautomaten. Also in den Häusern seid ihr auf jeden Fall schon mal nicht. Oder in den Läden eher gesagt. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel sagen darf oder nicht. Weil nicht, dass du es auf einmal irgendwie herausfindest. Es kann gut sein, dass ich im Spielzeugladen bin. Also im Laden mit den Automaten. Aber ich fand, da gab es irgendwie nicht so viele gute Verstecke. Mhm. Ja. Aber ich habe mich trotzdem da versteckt. Ups. Ja, Papa Donny, komm. Das heißt nicht. Okay. Hallo, René. Wann? Hallo, René. Was ist das denn? Haha. Wieso? Also ich muss sagen, das Versteck war gut. Aber was soll ich sagen? Ich habe deinen Arm gesehen leider. Also das war ein echt starkes Versteck. Ich glaube, ich hätte mich da noch so hinlegen müssen oder so. Oder irgendeine Pose, die so ein bisschen kleiner ist. So, jetzt bin ich einfach mal gespannt. Ich komme mal mit und... Ja, kannst du ja mithelfen. Oder mit einfach schauen. Ja, also helfen natürlich nicht. Aber ich kann mal gucken, ob ich Donny finde. Okay. Papa Donny! Aber sag mir nicht, Donny hat es einfach gemacht und ist jetzt die Leiter hochgegangen. Das wäre jetzt billig. Donny, das wäre richtig billig. Nein, oder? Nein, oder? Nee, hier ist er nicht. Das war auch meine erste Idee gewesen. Aber ich habe mir gedacht, das ist eigentlich voll easy da oben zu verstecken. Ja, vor allem Dach wäre auch unklug. Weil da muss man ja am Anfang, wenn man anfängt zu suchen, einfach nur mit der Kamera einmal rauszoomen. Und dann sieht man ja schon, wo die Leute versteckt sind. Ja, genau. Auf dem Dach. Das ist eigentlich generell eine ganz gute Taktik, muss man sagen. Einfach mit der Kamera ein bisschen rauszoomen. Kann man irgendwie fliegen? Äh... Eigentlich nicht. Nur mit dem Helikopter. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Mal schauen, ob René mich da noch findet. Also okay, krass. Ich bin jetzt mega überrascht. Ich bin wirklich mega überrascht. Ich habe mir gedacht so... Ich habe eigentlich gedacht, mein Versteck ist gar nicht so krass. Aber jetzt anscheinend ist das doch sehr, sehr gut. Das stimmt? Ja, schau mal schon. Also Claudio, du hast übrigens noch zwei Minuten. Ich weiß. Zwei Minuten? Okay. Ja, das stimmt, René. Aber wo ist denn er? Also ich würde gerne aufs Dach kommen. Ich weiß aber nicht, wie ich da auch... Äh, Donny? Äh... Johnny? Äh... Cool! Aber das war ein richtig gutes Versteck! Wow! Ja, aber hat funktioniert. Ja, aber hat funktioniert. Ich habe mir nämlich auch gedacht, ich so... Okay, soll ich jetzt so ein simples Versteck nehmen, dass eigentlich da gar keiner nachguckt? Weil, ich meine, okay, ich kenne mich jetzt, äh, Brookhaven mit diesen super Versteckten noch nicht so aus. Ja. Aber ich dachte so, ja, okay, ich probier's mal aus. Okay, das heißt, Claudio hat in der vorgegebenen Zeit uns beide gefunden, aber man muss auch sagen, okay, gut gesucht, aber ich glaube, da gab's auch jetzt noch nicht die Bombenverstecke. Nee, genau. Ich glaube, wir sollten mal den Ort wechseln, oder? Ja, ist eine gute Idee. Ja, ich würde gerne einmal noch hier bleiben. Willst du nicht mal hier suchen, René? In dem selben, äh, Häuserkomplex? Ja, oder willst du woanders hin? Okay, wir können auch woanders hin. Ja, genau, ist woanders hin. Ja, also ich sag schon mal so, hier hätte ich euch safe innerhalb von vier Minuten gefunden. Ja, also wir können natürlich gerne das Ganze nochmal machen mit diesem Häuserkomplex hier. Ah, okay. Das würde bedeuten, alle Gebäude hier vorne, dann dieses Post Office an der Seite und, äh, ja, natürlich wieder das Dach und zweite Etage. Okay. Boah, das ist aber echt schwierig, René, was ist denn da? Nee, das ist genau so schwer eigentlich, als die gerade. Claudio, du kennst bestimmt ein paar gute Verstecke, oder? Kannst mir ja mal sagen. Aber ist sogar dann jetzt so noch ein bisschen einfacher, weil ich kenn ja hier noch nicht die guten Verstecke, ne? Ja, ich auch nicht, ich kenn hier gar nichts. Okay, René, guck auf den Boden. Ja. Und wir gehen uns mal einfach, also wir schauen mal. Okay, ich lehne mich zurück. Ja, ich, ich muss mal schauen, ob das ein gutes Versteck ist. Ähm, die Zuschauer könnt's ja grad schon sehen. Ja, Freunde, ich hab mir gedacht, vielleicht ist das ein ganz gutes Versteck, weil, ja. Vielleicht habt ihr ja die Chance und René findet mich hier nicht, aber ist halt schwierig. Okay, genau. So, also ich muss sagen, warte, noch nicht, noch nicht, ich probiere dann noch mal was aus. So, habt ihr euch versteckt? Ja. So, du kannst suchen. Dann gucken wir auf die Uhr und es geht los. René, wenn du mich, okay, ich guck auf die Uhr, du hast bis 19 Zeit, okay. Ja. Also ich sag mal so, René, wenn du mich findest, dann hast du verdient. Ja, dann hast du echt verdient. Okay. Gucken wir mal hier oben. Hier ist niemand. Such mich, René! Das ist hier abgeschlossen. Such mich! Wahrscheinlich hat einer von euch so ein Apartment gekauft und sich da versteckt. Äh, warte, darf man das? Nein. Ah, okay, schade. Das wär schon dreckig. Aber theoretisch stand mir das doch, weil das ist auf der Wiese. Aha! Papa Donny, so nicht, da haben wir doch schon den ersten. Was? Du hast Papa Donny schon angefangen? Ja, natürlich. Äh, hinter so einem Ding, so ähnlich wie bei mir gerade. Also war kein schlechtes Versteck, aber... Ja, ich wusste nicht, ob du es kennst oder nicht. Aber okay. Okay. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Bist du hier im Paket drin, ne? Nein. Gut. Man kann hier nämlich in das Paket reingehen. Welches Paket? Ja, du siehst mich doch gerade. Ja. Aber... Moment mal. Moment mal. Ah! Das hab ich doch gesehen! Boah, warum bist du da so ein Schwester? So nicht! Rekordzeit aufgestellt! Okay, ich muss sagen, mega gutes Versteck. Ja. Ich hab extra noch die Haare abgeschnitten. Erst kurz noch zum Besor gegangen. Ich hab mal ein anderes Oberteil angezogen. Ich hab richtig in mein Leben geschwitzt. Boah, das... Okay, das Versteck war wirklich gut, aber... ... natürlich nicht gut genug. Hä, was soll das denn? Warum bist du denn so gut? Okay, krass. Vor allem, ich hab... Ich bin vorher ein paar Mal an Claudio vorbeigelaufen, konnte ihn nicht finden. Da dachte ich mir so, okay, er findet dich niemals. Und jetzt vor allem war... Ja, aber ich hab... Ich hab mich schon gewundert, dass ich in das Paket reingehen kann. Wobei, kann man ja bei den anderen auch. Somit haben wir beide einmal gemacht. Genau. Donny, du darfst jetzt auch nochmal... Ja, genau. Ich suche jetzt auch nochmal. René, weil René hat uns nach einer Minute schon gefunden. Respekt, René. Das war krass. Okay, guck auf den Boden, Donny und viel Spaß. Dankeschön. Und dann... Sagt einfach Bescheid, wenn ihr fertig seid, ne? Ja. Okay, sehr gut. Bescheid. Bescheid. Also, ich muss sagen... René, ich hab so ein gutes Versteck auch zu mir, glaubst du oder nicht? Oh Mann. Oh nein, hoffentlich verkleidet's. Ich kleide nicht nochmal so. Ne, ich verkleide mich nicht, aber... Ähm... Was ist denn, René? Oh, das ist mein Bus gewesen, sorry. Okay, ich bin auch fertig, würde ich einfach mal jetzt behaupten. Okay. Okay, gut. Dann, äh... Such jetzt. Okay, dann wird's los. Okay, dann schau ich auch erstmal... Erstmal... René, bist du immer noch bei dem Gelbenversteck, wo du gerade warst? Ne, ich hab mich nochmal unentschieden. Ja, okay. Also... Also, das... Gut, jetzt gerade am Anfang hab ich auch schon gesagt, das ist ein geiles Versteck und dann war's doch kein gutes Versteck, aber jetzt bin ich sehr gespannt. Also, von mir aus, Sonny, kannst du losregeln. Okay, gut. Äh, ich bin auch schon hier in diesem Spiel... Spiel... oder Gaming Center. Okay, da war nix oder hab nichts gesehen. Hier ist auch nichts Außergewöhnliches. René, wo bist du denn jetzt hingegangen? Das ist jetzt meine Frage. Das frage ich mich echt jetzt gerade. Okay, äh... Ja, vor allem, weil du so lange gebraucht hast, hast du gesagt. Okay, hier. Ne, auch nichts. Okay, schau mal in das Versteck, wo ich mich vorhin versteckt hab. Nein, okay, da ist keiner. Nein, da ist keiner. Ich sag mal so, ich seh dich, Papa Donny. Was? Ja, du bist grad im Grocery-Laden. Ja, genau, aber woher warst du denn das? Äh, ups. Hä? Vielleicht bist du an mir vorbeigelaufen, Donny. Sag mal so. Nein, oder? Jaaa, du bist, äh, hast doch nicht so gut geschaut, wo in den Orten, wo du vorbeigelaufen bist. Eigentlich kannst du nur im Grocery-Shop sein, weil ich meine... Oder? Ne, warte mal. Hier ist ja noch so ein... Die erste Minute ist rum. Oh, Mann. Oder vielleicht wirst du nicht an mir vorbeigelaufen, vielleicht prank ich dich nur und hab einfach nur gesagt, dass du im Grocery-Store bist. Oh, Donny, du bist ja wieder im Grocery-Store. Hallo! Was? Was? Er wird mich niemals finden. Er wird mich niemals finden. Das ist so cool. Hast du dich als Baum versteckt? Nein, geht nicht. Äh, was? Das geht? Man kann sich als... Man kann sich verkleiden in dem Spiel und man kann so aussehen, als würde man, äh, ein Gegenstand sein? Das glaube ich nicht. Mann, die finde ich nicht. Was? Ja, Donny, such mal. Egal, okay, warte. Ja, ne, das auch. Oh, er geht wieder raus. Donny geht wieder raus. Okay, viel Spaß. Also, ich sag mal so viel. Ich hab dich im Grocery-Store gesehen. Ich seh... Also, ich... Siehst du mich jetzt? Ja, ich seh dich jetzt auch. Hä, warte. Wie kann das denn sein? Du bist auf dem Dach. Ja, aber wie kann das sein, dass du, äh... Vielleicht bin ich eine Etage höher als du. Aber dann kannst du mich doch nicht sehen, dass ich im Grocery-Store reingelaufen bin. Hm. Komm, Guerille, wir gehen mit einem Tipp. Wir hatten noch eine Minute Zeit. Okay, ja, komm. Bist du im Gebäude oder außerhalb so? Ich bin an der frischen Luft. Okay. Ich bin auch an der frischen Luft. Jetzt ist es ja eigentlich schon ein bisschen klarer. Ja, genau. Ja, bei mir extrem. Du hast doch circa paar Sekunden... 40 Sekunden hast du noch, Donny. 40 Sekunden? Ich bin an der frischen Luft. Okay, gut. Das heißt, vielleicht auf dem Bus irgendein... Nee, warte. Vielleicht noch... Also, diese Kombination aus frische Luft und man wusste... Claudio wusste ja, wo du zwischendurch warst. Ja. Das ist eigentlich schon... Und denk doch... Denk doch mal nach, Donny. Warum ist denn der Bus da aufgestellt? Ja, vielleicht... Der Bus ist doch da... Ja, der Bus ist da aufgestellt, weil... Weil ich ganz einfach dich, äh... Auf... Vielleicht aufs Dach gesprungen bin. Dach gesprungen. Mhm. Ja, ganz oben aufs Dach, ne? Aber ich komm nicht auf dem Bus drauf. Ja, das kann gut sein. Genau. Aber ach, du kommst nicht hier drauf? Ah, schade. Ah, wer liegt denn da? Wer liegt denn da? Hallo? Nein! Yes! Ich hab René gefunden! Und die Zeit ist um! Donny, komm mal zum Grocery-Store! Komm mal vor! Ey, das ist jetzt aber auch ein Scherz, dass du Claudio nicht gesehen hast! Er war mir vorbeigelaufen! Was? Komm zum Grocery-Store! René! Ey, René, er ist den Weg gegangen und kurz bevor er mich gesehen, ist er runtergefallen. Oh nein! Oh nein! Komm zum Grocery-Store! Komm mal da hin, wo du hin langgegangen bist, bevor du zu mir gekommen bist! Ja, genau! Komm mal zum Grocery-Store! Du bist schon richtig da oben gewesen! Komm mal hierhin! Und du bist kurz vorm Grocery-Store aufs Dach runtergeflogen! Du hättest eigentlich fast bei uns beide noch schnappen können! Ach, da oben! Da oben! Ja! Nein! René, ich zeig's dir mal! René, guck mal hier! Er ist doch hier gesprungen an den Parken und genau hier ist er runtergefallen! Und dann ist er vorbeigelaufen! Oh nein! Eigentlich müsste er mich sehen! Ja, ich hab... Nee, also ich hab echt nicht da oben hingeguckt! Äh, ich hab wirklich nur René gesehen, weil ich dann so, okay, gut, vielleicht ums Gebäude rum! Aber René, wo warst du? Zeig mal! Boah, René hat sich auch richtig gut versteckt! Also du natürlich auch! Sekunde, Sekunde! Ah, hier oben wahrscheinlich, ne? Ja, ich hab mich hier in die dunkle Ecke, hab ich mich gelegt! Wow, okay, das ist klug! Ja, das ist wirklich gut! Ja, Freunde, somit würde ich sagen, haben René und ich, oder beziehungsweise René hat, glaub ich, die Challenge gewonnen, weil er in einer Minute uns beide gefunden hat! Äh, Papa Donny hat verloren, ich wurde Zweiter, aber es hat Spaß gemacht auf jeden Fall! Ja! Aber ich hab aber zum Glück noch René gefunden, obwohl er so ein richtig gutes Versteck hatte! Ja, das auf jeden Fall! Aber ich würde sagen, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr das nochmal sehen wollt! Lasst dafür einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal! Bis dann! Ciao!